Soll ich dir ein bisschen was beibringen, ja? Ja, es wäre super. Okay, alles klar. Ich kann hier Fragen live auf dem Handy gucken. Alles klar, pass auf. Funktioniert das, Miko? Ich glaube, es ist kaputt. Ich glaube auch, es ist kaputt. Oh mein Gott. Okay, ähm. Der Junge macht mich aggressiv. Willst du von ihm weg? Ach, Quatsch. Ja gut, dann fangen wir einfach mal ganz simpel an. Ganz simpel. Ganz, ganz simpel. Digga. Mit Videospielmusik, oder? Ich feiere sie übertrieben. Übertrieben, was geht? Ich hoffe, ich mache dich nicht auch aggressiv. Ach, Quatsch. Okay, gut. Okay, dann los. Ja. Fangen wir an mit Böse Katze. Ach, Böse Katze. Böse Katze. Böse Katze. Gut, okay. Okay, also. Böse Katze. Böse Katze. Schneller aber, ne? Ne, mach jetzt mal ganz langsam. Auch mal nicht übertreiben, weißt du? Also. Aber langsam stelle ich mir viel schwieriger vor als schnell. Nein, du musst aber dieses. Dieses. Dieses Anfangsdinger, du musst du richtig so. Böse. So richtig. Böse Katze. Ne. Also. Das wird sich furchtbar jetzt, aber ist auch geil. Böse Katze. Böse Katze. Es wird sich furchtbar anhören, das sag ich dir jetzt schon mal. Ich überlege gerade, ob es ein Spiel gibt. Oh, sorry. Hey, hallo, ich Beatboxe hier gerade. Oh, yes. Sorry, I don't want to. Böse Katze. 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 Nee. Nee, nee! Du musst immer schon weglassen. Quasi Konsonanten. Der ist doch mal richtig reingau-. Wie lang denn grade? War das? Hast du aufgezeichnet? Nein? Wie lange denn? auf myvideo.de